Wie wohnen Studierende in Coburg? Teil 3 bei Desmond aus Ghana. Desmond wohnt seit einem Jahr in Coburg. Er studiert Financial Management. Die meisten internationalen Studenten leben im Wohnheim. Für sich und seine Familie hat Desmond aber ein kleines Apartment gesucht. Für dieses Apartment, ich habe zwei Dinge. Der erste war es zu visiten die Notisboards auf dem Campus. Und zu engagieren meine MBA-Programm Office. Und dann die Master Ames-Programm Office. Der zweite war es zu visiten die Accommodation Webseite online. Wie VG gezucht. Wie ImoScout24. Wie ImoVelt. Wer aus dem Ausland nach Coburg kommt, sollte rechtzeitig mit der Wohnungssuche anfangen. Für internationale Studenten, wie ich, muss man sehr früh beginnen. Erst mit der Halle der Residenz. Man muss online gehen, die Studentenwerk-Oberfranken-Webseite. Mit der Admission-Letter und der Fotos. So einfach. Aber nicht vergessen, dass man nach dem Ausland nachgegeben hat. Die Miete für Einzelapartments oder WG-Zimmer kostet zwischen 170 und 350 Euro im Monat. Besonders praktisch für internationale Studenten. Einige Vermieter bieten möblierte Zimmer an. Von Desmonds Wohnung bis zur Hochschule ist es nicht weit. Zu Fuß braucht er nur ein paar Minuten. Die Hochschule unterstützt Studierende aus dem Ausland bei der Wohnungssuche. Sie reserviert zum Beispiel Zimmer in den Wohnheimen oder stellt den Kontakt zu privaten Vermietern her. ажt und dem Ausland bei der Wohnungssuche. Musik 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 Vielen Dank.